Dr. Prophet hat uns ein paar Tipps gegeben, wie wir uns auf jeden Fall das Viviverse vorstellen können. Auf das gehen wir auf jeden Fall ein und was hat Sony eventuell damit zu tun. Außerdem gehen wir natürlich auf die Drop Details ein, die zum Beispiel jetzt von Black Panther und die auch vom Star Wars Comic Drop am Montag. Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du auf jeden Fall da draußen wissen musst. Deswegen, wenn du auf jeden Fall in Zukunft keine wichtigen News mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall unbedingt diesen Kanal, denn so verpasst du definitiv keine wichtigen Vivi News. Jetzt würde ich aber sagen, rein ins Thema und let's go. Ihr seht schon, es ist gerade ein etwas anderes Setting und ich möchte was ganz kurz ansprechen, bevor wir jetzt hier in das Video rein starten, beziehungsweise bevor wir in das eine Thema rein starten. Und zwar geht es ja hier unter anderem um Sony und ob sie wirklich hier mit Vivi am Viviverse zusammenarbeiten. Ich habe leider nicht genug Zeit, um das Video jetzt komplett abzuändern, deswegen hier nur dieser ganz kurze Take. Denn Alex G hat nämlich darauf ganz kurz mal ein Statement gegeben. Along with Vivi, eBay and others, Sony Pictures Animation is one of the sponsors of Deacon this year. Das heißt, sie sind nur ein Sponsor, unter anderem auch der Main Stage, wo sie dort auftreten werden. Deswegen hier an dieser Stelle möchte ich diese Sache ganz kurz aus dem Raum werfen. Sony Animation wird ja an dieser Stelle nicht mit Vivi zusammen, das Vivi wird wahrscheinlich zusammenbauen. Das ist einfach nur, weil sie hier der Sponsor sind und dementsprechend die Stage halt auch so heißt. Also an dieser Stelle ganz kurzer Disclaimer für den weiteren Teil des Videos, dass ihr auf jeden Fall Bescheid wisst. Ich wünsche dir aber trotzdem viel Spaß jetzt mit diesem Video, denn es gibt auf jeden Fall nochmal sehr interessante Worte von Dr. Prophet, die du auf jeden Fall dir genauer ansehen solltest. Ja und ich würde sagen, starten tun wir als allererstes erstmal mit Sony. Und ja, was hat Sony jetzt hier eigentlich zu tun in diesem ganzen Thema, auch mit dem Vivi-Vers und so weiter und so fort? Denn es ist nämlich geleakt worden von der Deacon, der Ablaufplan, was wann stattfinden wird. Es wird ja unterschiedliche Events dort nochmal geben und hier haben wir zum Beispiel etwas und das nennt sich nämlich Stage. A Special Announcement from Vivi. Und wir sehen hier unten Sony Animation Stage. Was könnte das mit auf sich haben? Ich denke mal, jeder kann sich hier eins und eins zusammenzählen. Sony Animation Stage hat natürlich etwas mit Animationen zu tun. Und wir wollen ja unter anderem auch das Vivi-Verse sehen, beziehungsweise wir sehen ja auch tatsächlich das Vivi-Verse, beziehungsweise per Videos erstmal natürlich. Aber wir sehen tatsächlich erst Einblicke in das ganze Projekt, beziehungsweise in diesem ganzen neuen Part von Vivi. Und da liegt es natürlich nahe, dass Sony hier anscheinend bei dem Vivi-Verse geholfen hat. Ja, jetzt wird sich der eine oder andere denken, oh mein Gott, wir haben Sony. Ja, das muss ich leider erstmal entblocken an dieser Stelle, denn wir haben nämlich Sony tatsächlich schon nicht seit gestern. Hier sehen wir zum Beispiel noch ein Bild mit den 100 Brands, die tatsächlich schon gesigned sind. Und hier ist unter anderem Sony mit drunter. Das heißt, es ist kein neuer Kandidat. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall wahrscheinlich das Geheimnis gelüftet, wo Sony wirklich mitarbeitet bei Vivi, beziehungsweise warum sie hier auf jeden Fall diesen Brand gesigned haben. Was wir natürlich in Zukunft noch von Sony sehen können, dass sie sowieso erstmal ausstehen. Aber hier könnte halt auch die Verbindung zu Sony Animation Stage sein, beziehungsweise zu Sony Animation sein, dass Sony einfach auch beim Vivi-Verse mitgeholfen hat. So, damit war es das aber auch noch gar nicht. Denn der gute Dr. Profit hat nämlich ein bisschen Informationen wieder mit uns geteilt. Und zwar hat nämlich der liebe Hochkran hier einmal auf dem Telegram-Channel gefragt, ob der Dr. Profit denn zum Beispiel schon etwas gesehen hat. Darauf hat er hier geantwortet, Zitat, drei Videos. Das heißt, er hat auf jeden Fall schon einen Einblick gesehen, er weiß, wie das Ganze aussieht. Und er hat auf jeden Fall hier auch nochmal geschrieben, Zitat, schnallt euch an. Unreal 5 Engine ist ja bereits geleakt. Zitat Ende. Also, wir können uns auf jeden Fall hier sehr gespannt sein, was wir dann sehen werden. Und er hat uns tatsächlich hier auch ein paar Beispiele dann gleich noch mit genannt. Und geht ja auch nochmal so ein bisschen auf das ganze Thema ein. Ich denke nicht, dass das Vivi-Verse so schnell gelauncht wird. Erstmal der Showroom, und das wissen wir auch für alle Leute, die jetzt denken, oh mein Gott, das Vivi-Verse mit Open World und alles wird released. Nein, wir werden erstmal den Showroom sehen. Und dann wird es wahrscheinlich in den nächsten ein bis zwei Jahren, gehe ich jedenfalls so raus, oder drei Jahren vielleicht erst, dann wirklich auch das komplette Vivi-Verse geben. Also, deswegen. Aber wir können uns auf jeden Fall schon mal dann auf eine sehr, sehr gute Grafik gefasst machen. Und da schreibt ihr auch, Zitat, die Leute werden durchdrehen, wenn ihr Showroom so aussieht. Das heißt mit Unreal 5 Engine. So, aber ich habe ja gesagt, er hat uns hier etwas geleakt. Und wir schauen uns gleich auch das Ganze nochmal an. Und zwar hat er nämlich hier doch drauf geschrieben, sowas in der Art. Achtung, das ist nicht das Vivi-Verse, nur eine Unreal 5 Demo. Die Vivi-NFTs sehen viel spektakulärer aus, als auf der App. Also, wir können uns auf jeden Fall hier mit etwas super, super krassem gefasst machen. Und ich würde sagen, wir schauen uns auf jeden Fall mal diese kurze Demo, so dieses GIF hier einmal an, dass ihr eine Vorstellung dafür bekommt, was da auf uns zukommt. Ja, und hier seht ihr jetzt das Ganze einmal. Also, ich muss wirklich sagen, das sieht unfassbar gut aus. Und wenn ihr euch vorstellt, in dieser Grafik werdet ihr eure Vivi-NFTs sehen. Also, ich glaube, dann ist es, glaube ich, jeder mehr als froh. Also, ich bin sehr gespannt, auch wann das Ganze dann wirklich released wird. Einmal mit so einer Grafik, ja, da toppt Vivi wirklich sich selber. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auch auf deine Meinung da draußen. Denkst du wirklich, dass das so 100% umgesetzt wird? Oder ob der Dr. Profitino blufft? Schreib es unbedingt unten in die Kommentare. Aber ich persönlich bin super, super gespannt. Und ich werde das Ganze natürlich für euch da draußen auch live streamen. Und dass ihr natürlich das Ganze auch live mitbekommt. Deswegen Abo-Button drücken, Glocke aktivieren. Und dann bekommst du das auf jeden Fall sofort mit, sobald der Stream startet. Hat dir da draußen das Video bis zu genau dieser Stelle hier gerade gefallen, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like, unterstützt meine Arbeit und teile das Video so über den YouTube-Algorithmus an noch mehr Menschen. Jetzt geht es aber weiter mit den Drop-Details, die du auf jeden Fall wissen solltest für die kommenden Drops. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall nochmal die Drop-Details an für den heutigen kommenden Drop am Sonntag, dem 13. November, am 17.00 Uhr deutscher Zeit. Und hier sehen wir Wakanda Forever mit sechs Mightys, beziehungsweise tatsächlich auch wieder mit einer Utility. Denn wer nämlich bis zum 27. November hier alle sechs Collectibles hält, der bekommt auch wieder einen Airdrop. Und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr cool. Was es dann sein wird, wissen wir tatsächlich nämlich auch schon. Es wird nämlich ein Black Panther sein. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das dann wirklich aussehen wird. Natürlich ist das Ganze aber ein Blindbox-Format. Wir haben hier zum Beispiel als Kamen dann einmal hier die Queen Ramonda. Insgesamt Listenpreis, wie schon erwartet, 13 Gems. Editionzahl 4200, First Appearance natürlich. Anschließend haben wir hier die weitere Kommen, M'Baku. Auch wieder 4200 Editions, First Appearance natürlich. Dann haben wir hier einmal Nakia Ankammen, 3200 Editions, First Appearance. Dann haben wir hier die nächste Edition, und zwar die Ankammen mit 3200 Editions. Auch wieder eine First Appearance. Anschließend haben wir hier dann die Rare mit 2500 Editions. Auch wieder eine First Appearance. Anschließend haben wir dann Namor als Ultra Rare mit einer Edition von 1000 Stück. Dort werden natürlich auch nochmal die Editions abgezogen, die sich Vivi bzw. auch Marvel vorbehält. Also aber auf jeden Fall ein Job, wenn man hier First Appearance mag und die mitnehmen möchte. Definitiv etwas, was man mitnehmen kann. Ja und dann schauen wir uns auf jeden Fall nochmal den Star Wars Comic Job an. Und hier ist es nämlich auch sehr, sehr cool. Insgesamt die Cover haben wir uns ja schon mal einmal angeschaut. Für mich persönlich wirklich ein Job, den ich definitiv mitnehmen werde. Und wir haben es hier wieder mit einer super Limited Edition zu tun. Das heißt insgesamt nur 10.000 Comics. Und das ganze Comic wird tatsächlich morgen am Montag um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen. Im Listenpreis ist zum Glück bei 7 Gems. Das heißt, also ich persönlich werde das auf jeden Fall voll zuschlagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Aber ja, ich persönlich werde hier voll zuschlagen. Denn das Comic ist meiner Meinung nach schon ziemlich cooler. Und auch im Showroom wird das sehr wahrscheinlich sehr, sehr schön aussehen. Dementsprechend für mich auf jeden Fall ein Bye. Ob du das natürlich machst, ist ganz deine Sache. Ja, und ansonsten ist auch noch das nächste Artwork released worden. Beziehungsweise das nächste Artwork angekündigt worden. Das ist nämlich von Scotty Young. Deadpool Hashtag 1 mit diesem sehr coolen Cover auch wieder hier an dieser Stelle. Ja, ist an dieser Stelle natürlich auch etwas für Leute, die ein bisschen mehr Geld haben. Aber hier auf jeden Fall die Info für dich daraus. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich bei dir daraus und fürs Zusehen. Und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgenmiddag und Abend. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.